Um die Augen von jedem zu lesen, musst du sieben Techniken kennen. Diese Techniken sind entscheidend, um sie zu beherrschen. Indem du sie beherrschst, öffnest du eine Welt des Verständnisses jenseits von Worten, in der wahre Verbindungen entstehen. Der Buddha lehrte einst, dass in den Augen jedes Wesens die Reflexion von allem liegt, was sie waren, sind und sein möchten. Heute brechen wir zu einer Reise auf, nicht durch Worte, sondern durch die stillen Geschichten, die von den Augen erzählt werden, den Spiegeln der Seele. Begleite uns, während wir die alte Weisheit des Buddha erkunden, um die Geheimnisse zu entschlüsseln, die im Blick verborgen sind, und entdecke, wie man die unausgesprochenen Geschichten von Freude, Leid, Wahrheit und Mitgefühl liest, die in jedem Blick wohnen. 1. Strahlende Augen Aktive Geist? Strahlende Augen sind ein Fenster zu einem aktiven und lebendigen Geist. Nach den tiefgründigen Lehren des Buddha, wenn der Geist rein ist, folgt die Freude wie ein Schatten, der nie vergeht. Diese kraftvolle Aussage unterstreicht die tiefe Verbindung zwischen der Reinheit unserer Gedanken und der Freude, die in uns manifestiert wird. Solche Reinheit und Freude können nicht verborgen werden. Sie strahlen hell durch unsere Augen und dienen als Leitstern unseres inneren Friedens und Glücks. Wenn wir jemandem mit strahlenden Augen begegnen, ist es, als würden wir das Wesen ihres Seins nach außen strahlen sehen. Diese Augen sehen nicht nur, sie sprechen von einem Geist, der vollkommen präsent ist, lebendig und voller Positivität. Diese Leuchtkraft ist nicht nur ein physisches Merkmal, sondern ein Spiegelbild einer Seele, die ihre Harmonie gefunden hat, eines Geistes, der in Gedanken verweilt, die unseren Geist nähren und inspirieren. Diese Beobachtung dient uns allen als sanfte Erinnerung. Sie lädt uns ein, eine Reise anzutreten, um einen Zustand der mentalen Reinheit zu kultivieren, in dem negative Gedanken durch solche ersetzt werden, die unseren Geist nähren und unser Wohlbefinden steigern. Es geht darum, eine Umgebung in uns selbst zu fördern, die es der Freude ermöglicht, zu erblühen und ein Leben zu schaffen, in dem Glück nicht nur ein flüchtiger Moment ist, sondern ein ständiger Begleiter. Um einen solchen Zustand zu erreichen, bedarf es Achtsamkeit und Reflexion. Es erfordert von uns, uns unserer Gedanken und Emotionen bewusst zu sein, sie ohne Urteil anzuerkennen und unseren Geist auf Freundlichkeit, Mitgefühl und Dankbarkeit auszurichten. Wenn wir diese Prinzipien üben, beginnen wir nicht nur eine Veränderung in unserer Denkweise, sondern auch in unserer Wahrnehmung der Welt und im Umgang mit denen um uns herum zu bemerken. Strahlende Augen symbolisieren mehr als nur einen aktiven Geist. Sie sind ein Zeugnis für ein Leben mit Absicht, ein Herz voller Mitgefühl und eine Seele, die nach Erleuchtung strebt. Lasst uns alle danach streben, solche strahlenden Augen zu haben, denn sie erhellen nicht nur unsere eigenen Wege, sondern weisen auch anderen den Weg, Freude und Positivität zu verbreiten, wohin wir auch blicken. 2. Schnelles Blinzeln Emotionen navigieren Schnelles Blinzeln kann oft ein subtiler, aber aufschlussreicher Hinweis darauf sein, dass eine Person unter ihrer ruhigen äußeren Erscheinung eine Wirbelwind von Emotionen erlebt, die nur verborgen liegen. Diese unwillkürliche körperliche Reaktion kann als Fenster in ihre innere Welt dienen, in der Gefühle von Angst, Stress oder sogar Aufregung mit Intensität wirbeln. Die Lehre des Buddha bietet tiefe Einblicke in dieses Phänomen. Der Ozean der Tränen kann nicht überquert werden, bis man sich den Stürmen seiner eigenen Emotionen stellt. Diese Metapher erfasst die Essenz der emotionalen Widerstandsfähigkeit und des Verständnisses auf wunderbare Weise. Sie legt nahe, dass es entscheidend ist, sich unseren eigenen emotionalen Zuständen zu stellen und anzuerkennen, um sich durch die Herausforderungen des Lebens zu navigieren. Wenn wir jemanden schnell blinzeln sehen, lädt es uns ein, innezuhalten und die Bandbreite der Emotionen zu bedenken, mit denen sie möglicherweise umgehen. Genau wie ein Sturm den Ozean in Aufruhr versetzt, können die Emotionen einer Person tumultartig werden und sichtbare Anzeichen von Belastung wie schnelles Blinzeln hervorrufen. Diese Beobachtung dient als sanfte Erinnerung an den Aufruf des Buddha, anderen mit einem Herzen voller Mitgefühl und Verständnis zu begegnen. Sie ermutigt uns, denen, die möglicherweise stillkämpfen, eine freundliche Hand oder ein offenes Ohr anzubieten und ihnen einen sicheren Hafen mitten in ihrem emotionalen Sturm zu bieten. Dies zu verstehen, inspiriert uns dazu, in unseren Interaktionen geduldiger und einfühlsamer zu sein und die Zeichen emotionaler Turbulenzen wie schnelles Blinzeln zu erkennen, um sensibler auf die Bedürfnisse anderer reagieren zu können. Es lehrt uns die Bedeutung von Präsenz und Unterstützung und ermöglicht es uns, eine tiefere Verbindung herzustellen. Indem wir diese Weisheit anwenden, können wir eine mitfühlendere und verständnisvollere Welt fördern, in der emotionalen Stürmen mit Güte und Empathie begegnet wird und wir einander helfen, den Ozean der Tränen hin zu einem Ort des Friedens und der Gelassenheit zu überqueren. 3. Das Gewicht des Zorns Wenn wir bemerken, dass die Augen einer Person Zorn widerspiegeln, ist es wichtig zu verstehen, dass dieser Zorn in der Regel aus tiefer liegenden Problemen oder ungelöstem Schmerz herrührt. Es ist, als würde man in einen Spiegel schauen, der nicht nur die Oberflächenemotion zeigt, sondern auch die Geschichten, Kämpfe und Verletzungen, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben. Der Buddha wies weise darauf hin, du wirst nicht für deinen Zorn bestraft, du wirst durch deinen Zorn bestraft. Diese tiefgreifende Lehre erinnert uns daran, dass Zorn, wenn er festgehalten wird, zu einer selbst zugefügten Wunde wird, die die Person von innen heraus verzehrt. Es ist nicht der Zorn selbst, der uns dauerhaften Schaden zufügen wird, es ist unsere Unfähigkeit, darüber hinwegzukommen. Um seine Wurzeln zu verstehen und den Schmerz zu heilen, der ihn nähert, sollten wir, wenn wir auf jemanden treffen, dessen Augen mit Zorn verdunkelt sind, sie mit einem Herzen voller Empathie anstatt mit Urteilen angehen. Dies bedeutet, aktiv zuzuhören, einen Raum anzubieten, damit sie ihre Gefühle ausdrücken können und zu zeigen, dass es uns wichtig ist, was sie dazu gebracht hat, sich so zu fühlen. Unser Ziel ist es nicht, ihren Zorn abzutun oder herauszufordern, sondern ihn anzuerkennen und ihnen zu helfen, einen Weg zur Heilung zu finden. Indem wir dies tun, helfen wir ihnen nicht nur die Last, die sie tragen, zu erleichtern, sondern nehmen auch an einer gegenseitigen Reise des Verständnisses und der Mitgefühl teil. Die Erkenntnis des Schmerzes hinter dem Zorn kann verändern, wie wir miteinander umgehen und den Weg für echte Verbindungen und Heilung ebnen. Für den Blick des Interesses, wenn du einen Blick begegnest, der voller Interesse und Aufmerksamkeit auf dich gerichtet ist, erlebst du mehr als nur einen Moment der Verbindung, du erlebst eine tiefgreifende Demonstration von Achtsamkeit. Diese Art des Blickes, bei der die Augen einer Person vollständig auf dich gerichtet sind, zeigt an, dass ihr Geist vollständig im Hier und Jetzt engagiert ist, genau auf jedes Wort, das du sagst und jede Mimik, die du machst, achtet. Es ist eine wunderschöne Erinnerung daran, dass sie wirklich gegenwärtig sind und den aktuellen Moment über alles andere schätzen, was ihren Geist beschäftigen könnte. Die Lehren Buddhas über Achtsamkeit betonen die Bedeutung, im gegenwärtigen Moment zu leben. Er sagte, die Vergangenheit ist bereits vergangen, die Zukunft ist noch nicht hier, es gibt nur einen Moment, den du leben kannst, und das ist der gegenwärtige Moment. Diese Weisheit unterstreicht, wie kostbar unsere aktuellen Erfahrungen sind und legt nahe, dass die wahre Essenz des Lebens nur hier und jetzt gefunden werden kann. Wenn dir jemand seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt, ist sein Blick des Interesses nicht nur eine einfache Handlung des Zuhörens. Es ist eine tiefe Anerkennung dieses buddhistischen Prinzips. Es vermittelt die Botschaft, dass in diesem Moment nichts wichtiger ist als die Interaktion, die ihr teilt. Dieser aufmerksame Blick ist auch ein Zeichen von Respekt und echtem Interesse an dem, was du zu sagen hast. Er zeigt, dass die Person, mit der du kommunizierst, deine Gedanken und Gefühle schätzt und bereit ist, alle Ablenkungen beiseite zu legen, um sicherzustellen, dass du dich gehört und verstanden fühlst. Eine solche Verbindung ist selten und kostbar und führt oft zu bedutsamen Gesprächen und einer tieferen Bindung zwischen Menschen. Es ist ein Geschenk ihrer Zeit und Energie, das zeigt, dass sie sich wohl und ganz für dein Wohl ergehen und das, was du in den Moment einbringst, einsetzen. Der Blick des Interesses, eine gegenseitige, achtsame Verbindung von Nähe und Verständnis, die Interaktionen in Chancen für Wachstum verwandelt und Buddhas Aufforderung, vollständig im gegenwärtigen Moment zu leben, Widerhalt und uns einlädt, authentische Beziehungen zu umarmen, die in Präsenz und Respekt verwurzelt sind. Vertraue auf dein Bauchgefühl. Das Konzept, auf sein Bauchgefühl zu vertrauen, geht über eine einfache Ahnung hinaus. Es ist eine tiefe Verbindung zu einem tieferen, fast spirituellen Gefühl des Wissens. Diese Intuition ist wie ein innerer Kompass, der uns durch Interaktionen und Entscheidungen mit einem Gefühl von Weisheit leitet, das die logische Vernunft übersteigt. Die leeren Buddhas erhellen dies wunderbar mit der Analogie, so wie ein fester Felsen nicht vom Sturm erschüttert wird, so werden auch die Weisen nicht von Lob oder Tadel beeinflusst. Dieses kraftvolle Bild illustriert die Essenz tiefer innerer Stabilität und Widerstandsfähigkeit. Wie ein unerschütterlicher Fels, der von den heftigsten Stürmen unberührt bleibt, bleibt eine Person, die in ihrer inneren Weisheit verankert ist, ungestört von externen Meinungen, sowohl positiven als auch negativen. Wenn wir darüber sprechen, unserem Bauchgefühl im Kontext des Lesens anderer zu vertrauen, greifen wir auf dieses unerschütterliche Selbstwissen zurück. Es geht nicht darum, schnelle Urteile zu fällen oder oberflächliche Eindrücke zu beeinflussen. Stattdessen geht es darum, auf diese leise Stimme zu hören, die aus einem Ort der Ruhe und Klarheit spricht. Diese Stimme, diese Intuition wird durch eine Kombination unserer Erfahrungen, Empathie und einem angeborenen Verständnis der menschlichen Natur informiert. Achtsamkeit und Reflexion verbessern unsere Intuition, ermöglichen es uns, die Wahrheit mit Mitgefühl und Selbstvertrauen zu erkennen, vertiefen Verbindungen und Harmonie in Beziehungen. Nach oben und rechts oder links schauen, wenn die Augen einer Person nach oben und zur Seite wandern, wird dies oft als Zeichen interpretiert, dass sie auf Erinnerungen zugreifen oder etwas vorstellen. Diese Bewegung kann darauf hinweisen, dass die Person entweder ein vergangenes Ereignis in Erinnerung ruft, wenn sie nach oben und nach links schaut, für Rechtshänder, oder einen Gedanken oder eine Vision der Zukunft konstruiert, wenn sie nach oben und nach rechts schaut. Diese Unterscheidung wurzelt im Glauben, dass verschiedene Richtungen der Augenbewegungen mit verschiedenen Arten kognitiver Prozesse verbunden sind. Die Lehre Buddhas, Wir werden von unseren Gedanken geformt, wir werden, was wir denken, bietet tiefgreifende Einblicke in dieses Verhalten. Es legt nahe, dass die Richtung, in die die Augen einer Person wandern, viel über ihre aktuellen Gedanken und damit verbunden ihre tieferen Überzeugungen und zukünftigen Handlungen verraten kann. Wenn jemand zum Beispiel häufig nach oben und nach rechts schaut, könnte das zeigen, dass er eine einfallsreiche Person ist, die ständig neue Ideen entwickelt oder zukünftige Möglichkeiten visualisiert. Umgekehrt könnte das Schauen nach oben und nach links darauf hinweisen, dass eine Person oft Erinnerungen aufgreift, möglicherweise vergangene Erfahrungen reflektiert, um den gegenwärtigen Zustand zu verstehen. Diese Augenbewegung ist daher mehr als nur eine physische Reaktion. Sie ist ein Fenster in die mentale und emotionale Welt des Einzelnen. Indem wir dies beobachten, werden wir dazu eingeladen, über die Macht unserer Gedanken und wie sie unsere Realität beeinflussen, nachzudenken. Gemäß der Weisheit Buddhas haben unsere Gedanken die Kraft, unser Leben zum Besseren oder Schlechteren zu formen. Dieses Verständnis kann uns dazu ermutigen, positive, konstruktive Gedanken zu pflegen, was zu einem positiveren und erfüllteren Leben führt. Das Lächeln mit Augenfalten, die siebte Beobachtung, das Lächeln mit Augenfalten. Konzentriert sich auf die Kraft eines echten Lächelns, das nicht nur das Gesicht erhält, sondern auch die Augen erreicht, kleine Falten oder Krähenfüße an ihren Ecken erzeugend. Diese Art von Lächeln, oft als Duchenne-Lächeln bezeichnet, ist ein universelles Zeichen wahrer Glückseligkeit und Zufriedenheit. Es ist ein Lächeln, das nicht gefälscht werden kann und die echte Freude und Wärme einer Person offenbart. Die Lehre Buddhas, Glück nimmt niemals ab, wenn es geteilt wird, resoniert tief mit diesem Konzept. Genauso wie die Sonne, die scheint und Wärme verbreitet, ohne an Brillanz zu verlieren, verringert das Teilen unseres Glücks, mit anderen nicht unsere Freude. Es multipliziert sie vielmehr. Dieses Lächeln mit Augenfalten dient als schöne Erinnerung an dieses Prinzip. Wenn wir jemanden mit diesem fröhlichen Ausdruck treffen, ist es, als würden sie ein Stück ihres Glücks mit uns teilen und uns in einen Moment der Verbundenheit und Wärme einladen. Das Lächeln mit Augenfalten ist mehr als nur ein Gesichtsausdruck. Es ist eine Manifestation inneren Friedens, Freundlichkeit und der Fähigkeit, den gegenwärtigen Moment vollständig zu genießen. Es ermutigt uns, über unsere eigenen Erfahrungen hinaus zu blicken und unsere Herzen für andere zu öffnen, indem wir uns an den kollektiven Freuden und Leiden der Menschheit beteiligen. Diese Art des offenen Teilens fördert echte Verbindungen und baut Brücken zwischen Menschen und erinnert uns daran, dass wir im Kern alle nach Glück und Erfüllung suchen. Das Beobachten und Wertschätzen des Lächelns mit Augenfalten bei anderen verbessert nicht nur unsere Fähigkeit, auf einer tieferen Ebene zu verbinden, sondern spiegelt auch unser Verständnis der buddhistischen Perspektive auf Glück wider. Es lädt uns ein, an der Freude anderer teilzunehmen, unsere gemeinsamen Momente des Glücks zu feiern und uns daran zu erinnern, dass unsere Fähigkeit zur Freude unendlich ist, besonders wenn wir uns entscheiden, sie freizuteilen.